Ja, hallo, guten Tag für alle. Hier sind wir wieder real bei uns im Hotel Rock Valovento in Cuba Valadero. Wir haben leider heute wieder ein paar Gäste, die wir verabschieden und wollen doch mal nachfragen, wie es denen bei uns gefallen hat. Wie hat es dir denn hier bei uns gefallen? Es gibt nur eins zu sagen, Valovento rockst. Es ist wirklich wunderbar. Sehr, 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 sehr schön. Wie war es bei dir gewesen? Super. Wir sind alle perfekt. Ja, wunderbar. Das ist doch gut, wenn wir da zu kommen. Ja, schön. Wie war es dir? Ich möchte nicht hier bleiben. Du, das ist kein Problem. Ich habe doch ein Bett bei mir frei. Das ist ein kleines Problem. Ja, machen wir alles. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut, sehr gut. Service, Personal, echt nett gut. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wenn wir uns so ein bisschen auf diesem kubanischen Flair oder das kubanische Feeling kennenlernen, weil es ist wirklich ein anderes Land, ein anderes System, damit man einfach was kennenlernt. Dafür besucht man ja eigentlich kuban. Das ist das Wichtige. Wie ist es dir ergangen? Ja, sehr gut ergangen. Ich muss leider auch nach Haus fahren. Ich kann auch nur bestätigen, der Manager, das Personal, alles rundherum. Also, da kann ich dann natürlich nur zu sagen, ich danke euch vielmals für diesen Bericht oder für dieses Ergebnis. Und ich hoffe, euch irgendwann wieder bei uns zu sehen. Das ist das ob полen Schicht auf. Hier wurde die